So meine Freunde, ab geht der Depeater, leider haben wir schon Minion verloren und die XP auch, aber ich kriege nämlich Schlag Autotech, Schlag Autotech, Schlag Autotech into E into Autotech into Autotech into Flash. Geil! Outplayed, meine Freunde. Wir haben sie outgesmarted, outgeplayed und das trotz Minion-Nachteil. Und jetzt machen wir die drehende Drehschneise, wenn sie in Reichweiten-Simulation kommt. Die drehende Drehschneise mit Tentakel-Schlag. Ja okay, ich bin auch Tentakel-Farmer nebenbei, ist tatsächlich so ein Ding bei mir. Autotech, yo, Autotech, äh? Oh, ich hab den Tentakel-Tentakel-Tentakel-Tadios angegriffen. Let's twist again, na 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 na. So, jetzt, das ist der Vorteil, jetzt können wir nämlich Tentakels farmen. die fahre mich sogar komplexes design jetzt muss ich aufpassen dass wir nicht getrennt werden da können wir aber gut aufbauen das nämlich der vorteil leute allerdings habe ich das gefühl wir sind hier wirklich very am limit aber ein mann ein wort jetzt sind wir jetzt haben wir genau da wo wir sie haben wollen very da wo wir sie haben wollen können wir nämlich hier stacken und fahren und stecken und fahren guckt ihr jetzt an wie geil das klappt aber wir sind farme ist sich gar nicht behind eigentlich das geht klar aber ich habe sie halt noch nicht gekillt was nicht so geil ist außerdem werde ich jetzt für dich kennen das mache ich für dich kill ich sie laufen der hahn muss laufen ich möchte dich laufen ja ja leute ihr habt das mit dem herzen spam also herz beim ist geil aber nicht eine ich will nicht dass eine person den kompletten bildschirm voll spam da das will ich nicht so sie macht ihr lau und wir gehen einfach raus how to outplay lau genau so jetzt denkt sie so sie denkt so sie denkt und jetzt gleich läuft ab und dann kriegst du nämlich jetzt quasi wir wollen uns mal gut und jetzt warten wir bis die lau kommt irgendwann mal auto tech auto tech auto tech ignite auto tech auto tech kill für jesse nur für jesse die wollte ich auf der games kann noch mit nudeln bewerfen habe ich vergessen anlaken jetzt gehen wir noch mal schnell ein bisschen naja wir sind produktiv leute wir machen plates hier werden richtig noch plates gemacht also tiamat warum tiamat qualle könntest du mir da eine guide instruktion geben ich will nur farm das ist die farm old leute die ist sehr stark das war die farm und jetzt kriegen wir noch mal ein bisschen i don't see me on tiamat i don't see me i see me see me see me i see me i see me see me see me weil so ich bin wieder da jetzt wird wieder gekloppt und gemöbelt du willst mit mir möbel jetzt wird gemöbelt aber die macht und jetzt laufen wir nämlich wieder raus jetzt kommt aber der heal zack jetzt hat sie wieder ihr holt raus jetzt haben wir wieder da wo sie ist das war kurz da ist eigentlich very nice müssen nur kurz ein bisschen appreciaten und solo gemacht leute solo in den chat hierfür brauchen wir nämlich zum beispiel das solo das hat die beste solo besser kann man den nicht weg sollen und den gegner die auch noch dies level 12 3 ist die machen wir weg die machen wir richtig lang da kriegt eigentlich keinen schaden oder so also wieso ich stehend ich hab sie ja bei meinen ignited ja das ist wegen dem skin der ist unfair weil der hat mich irgendwie was aber taktische schieben damit aber es sieht so an die sie kauft zur schuhe und kriegt 0 sie war drei level unter mir kriegt 0 damage 0 sie kriegt halt 3,3 schaden alter ich hau auf ihr drauf rum aber nichts appreciated kannst du damit aufhören bitte du hörst jetzt damit auf asimi asimi simi 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 ok und jetzt gehen wir wieder raus guck ich hab halt nicht gute damit wir jetzt holten können naja das hat alles schon sinn und zweck du schimpfst gleich ja aber ich bin ein mann ich stehe ich könnte halt auch sagen nee aber ich stehe weil ich bin ja kein pussy lord ein bisschen entertaining faktor muss ja hier dabei sein ein bisschen ein bisschen feuer ich bin italiener der feurigkeit italiener es muss heiß und speisig sein richtig heiß und speisig weil flirme themat ist schon ganz nett aber ja ja aber leider irgendwie nicht so viele plates bekommen und meine botland trittet oder so 1 4 1 4 alter guck dir das an minute 14 was ist da los einfach nur die insel a semi asimi semi simi leute also minute 14 wir haben kein init mehr ich habe zu meiner top lane gewonnen aber das war es 16 der war gerade wo ich vor 20 sekunden geguckt habe war der 16 14 wie kann denn so schnell sterben das problem ist halt mein team inted komplett ich glaube ich kann auch dann überhaupt nichts machen aber wir sind auch full zahlt aber weiger ist ja nicht krass dann bin ich tot ich wollte red bar da jetzt holen wir uns irgendjemanden auja boys ich sehe mich da seid ihr da bereit seid ihr bereit als semi 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 fandom dancer soll 3000 kosten aber kriegt einen effekt dass du dass wieder dieser effekt mit dem sterben drin oder so dass du wenn du wenn du irgendwie irgendwie sowas war dabei das problem ist dass mein team hat pure inted leider also twitch ist echt noch okay dass auch mein doomete aber der rest ist ab bisschen schwierig weil jetzt gehe ich da jetzt hin oder gehe ich shoppen gehen da jetzt bestimmt eh weg oder na gut gehen wir mal im shoppen wirklich jetzt drei zwei die ist mit sicherheit noch da die looks jetzt ja ich glaube ich brauche black cleaver oder armor pen oder seht ihr mein damage auf sie dran ist es hat selbst negativ er ist einfach negativ nicht vorhanden Ich habe noch keine old 3 2 2 oh mein gott war es knapp Es war halt nur sehr useless jetzt die old muss man sagen Ja rip, töte sie töte sie töte sie töte sie töte sie töte sie Oh mein gott sie stirbt nicht Walgar macht der noch was? Schwierig Ja Ja Walgar lebt hier haben noch zwei Leute davon ist einer ein Supporter Vielleicht klauen sie den ja noch Ne Aber ich krieg zu Also jetzt könnte wenn die jetzt alle sterben dann haben wir verloren Kommt jetzt drauf an wie das läuft Oh lol Hier ist ein Zongding drin oder? Sensei haut ihr Katja krase wie Chidoki rein Was ist da los? Ja tschüss Ich sagte einfach tschüss Geht for it Das ist schon mal geil Das ist auch geil Geil Ja Jetzt noch Ihr deft Und ich mach Base Ich würd mich übel gerne auf Lux sehen Oh ja komm mit mir deinen Laser Ich steh voll drauf Oh ja die Also die Lux hat jetzt im Spaghettiarm mitgemacht Leute Die war richtig tief im Spaghettiarm mit drin Ja Ja GG Komplett free das Game Das war Aua Ich hab mich Einfachstes Game der Welt Ähm Bei Trindermare Durch diese Durch diese Splitpush Da kommen die Gegner halt überhaupt nicht on klar ne Das hier hab ich aber auch maximal verdient Ne Maximal Wie viele kriegen wir? 3 oder 4? 3 Na gut Na gut Und Pause Bis zum nächsten Mal.